Die Fliegenschwärme plagen uns. Wir haben getan, was wir konnten. Leichen verbrannt, offenes Wasser abgedeckt, uns mit galgen Rebe eingerieben. Hat kaum geholfen. Die Leute hatten schlimmere Sorgen. Aber die Fliegen haben unsere letzte Milchkuh totgebissen. Das Problem verschwindet nicht einfach, wenn wir es ignorieren. Ich habe etwas Geld gespart, das euch gehört, wenn ihr gegen den Befall helfen könnt. Das kann ich hier nicht tun. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche diese Ich brauche mehr Energie. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Energie. Siegen über euch und all eure Nachfahren. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung. Vielleicht können wir versuchen, die Felder wieder zu bepflanzen. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit.